moin leute und herzlich willkommen zu einem neuen video wir haben ihn beziehungsrang von calls auf die stufe 2 gebracht und dadurch eine quest halten wenn das nicht die königsritterschaft ist die wir jetzt machen werden auch wenn ich den typ nicht leiden kann naja dann schauen wir mal was will er sonst nur geschichten anhören das scheint machbar zu sein mann der zuversicht ok was stimmt nicht mit seiner lordschaft keine frage ja den eindruck hatte ich auch königsritterschaft bitte rettet uns ok also mehrere vergiftet alle und laut karls ist einfach ein arroganter sack vor kurzem wurden goldwaren in den hafen geschmuggelt es ist wie du es unfassbar dass so etwas in wellenstrand passiert im herzen lutherras des königreichs der ritterlichkeit als gouverneur dieses hafens kann ich nicht wegsehen ich möchte dass du so viele informationen über den goldschmuggel sammelst wie möglich ok das war es schon also er ist auch noch ein gauner er ist arrogant und ein gauner leute so was kann ich ja gar nicht leiden ok das war's für diese folge danke fürs zuschauen danke fürs mitmachen und wir sehen uns in der nächsten folge bye bye